Hallo zusammen, mein Name ist Michael Palm und ich bin leidenschaftlicher Spieler. Seit 30 Jahren führe ich den Seetroll, zwei Comic- und Spielegeschäfte am Bodensee. Ich bin Teil der Ten Traders, einem neuen Verlag für familiengerechte Spiele. Ich bin Teil der Spieleallianz, einer Vereinigung von Spielehändlerinnen und Spielehändlern. Und ich bin Spieleautor und durfte im vergangenen Jahr mit meinem Kollegen Lukas Zach aus Bremen das Dorfromantik-Brettspiel veröffentlichen. Natürlich hat sich im vergangenen Jahr einiges deshalb um uns getan, denn letztes Jahr habe ich diesen Adventskalender noch angeschaut und mich daran erfreut, dass Maren Hoffmann beispielsweise unser Dorfromantik-Brettspiel als Schaumbad mit extra Prickel bezeichnet hat. Das tut einem natürlich gut, wenn man 15 Monate an einem Spiel arbeitet. Jetzt wurde ich von Better Board Games gebeten, meine drei, meine älteste Liebe, meine heißeste Liebe und meine neueste Liebe im Brettspielbereich zu bezeichnen. Und ich freue mich sehr, vielen Dank dafür. Aber fangen wir an. Meine älteste Brettspielliebe geht wirklich weit zurück. Es ist das Druckknopf-Kampfwürfel-Spiel. Es ist ein Spiel, das vermutlich so 90 Jahre alt ist. Und wir haben ein Spielmaterial, das wirklich aus Druckknöpfen besteht. Man würfelt und versucht, die mittleren Felder zu erreichen und einzunehmen. Doch ähnlich wie beim Fangdenhut, wenn ein anderer auf einen draufkommt, dann wird es mit Druckknopf dann eben so gemacht, dass der Turm anwachsen kann. Warum ist es meine erste Brettspielliebe? Eine Nenn-Oma, die bei uns im Hause gewohnt hat, Oma Roos, hat sehr gerne mit mir und mit meinen Brüdern gespielt. Elferos, Mixmax und eben das Druckknopf-Kampfwürfelspiel. Und da habe ich so meine Leidenschaft zum Spielen entdeckt. Meine heißeste Liebe im Brettspielbereich, und da vermengt sich das jetzt auch mit dem Spieleautoren, ist ein Klassiker, Diplomacy. Warum Diplomacy? Diplomacy ist ein Spiel, bei dem es um die Einnahme von Ländern in Europa geht. Es ist kein witziges Thema, wie wir jetzt wissen und aktuell wieder spüren. Aber es fasziniert mich als Spieleautor, dass man mit nur zwei unterschiedlichen Einheiten und nur mit vier unterschiedlichen Aktionsmöglichkeiten ein so komplexes und rundes Spiel machen kann. Ich habe es mit einem meiner Brüder dann auch per Post damals gespielt. Wir haben Postkarten verschickt. Einmal pro Woche wurde ein Zug abgegeben zu einem Spielleiter oder einer Spielleiterin. Und innerhalb dieser Woche haben wir mit den anderen Nationen verhandelt. Es ist deswegen auch emotional ein wichtiges Spiel für mich. Aber vor allem als Spieleautor hat es mich schon immer fasziniert, wie man mit so wenig so viel machen kann. Leider dürfen wir ja keinen Flop vorstellen, was ich eigentlich gut finde. Aber an dieser Stelle liebe Grüße an Stefan Feld. Wir haben alles besprochen. Dorfromantik fand ich noch schlimmer. Und nun zur neuesten Liebe. Ich muss sagen, natürlich ist die neueste Liebe unter anderem Figurata von unserem eigenen Verlag, Ten Traders. Es ist aber auch Mischwald von den guten Freunden von Lookout Games. Ich habe mich aber nun für ein Spiel entschieden, das von einem Kleinstvorlag stammt. Und zwar Knall. Bei Knall geht es darum, dass wir letztendlich als Wikinger ausfahren, um neue Lande zu entdecken. Es hat herrliches Spielmaterial. Es ist ein sehr schöner Spielablauf. Alles greift ineinander, das Material und die Mechanismen. Und es ist für mich ein klarer Geheimtipp für das kommende Jahr. Ich hoffe, dass euch Knall ebenso gefällt wie mir. Es würde mich freuen, denn MM-Spiele ist ein neuer Verlag. Martin Mader, an dieser Stelle liebe Grüße, hat vieles richtig gemacht. Zum Glück wurde in seiner Nähe ein Spieleladen eröffnet. Deshalb hat er einen Spieleverlag gemacht. Und so tolle Spiele können dann dabei herausspringen. Vielen Dank. Ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit. Und ich hoffe, dass ihr bald an Weihnachten vielleicht das ein oder andere Spiel unter dem Baum habt. Bis dann. Ciao. Lieber Michael, vielen Dank, dass du den Startschuss zu unserem diesjährigen Adventskalender gegeben hast. Das Spiel mit den Druckknöpfen fand ich ehrlich gesagt ganz besonders spannend. Ich hoffe, das spielen wir mal irgendwann. Morgen um 8 Uhr geht es weiter mit dem nächsten Türchen. Da erwartet euch wieder ein fantastischer Gast. Und wir werden in den nächsten Tagen natürlich hier auf der Seite auch die weiteren Beiträge verlinken. Und jetzt wünschen wir euch eine weitere schöne Adventszeit. Bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020